Bei Ausschreibungen gibt es viel zu beachten, damit sie dem Vergaberecht entsprechen. Wer die Einhaltung der rechtlichen Grundlagen und die Angebote überprüfen muss, weiß, das kostet Zeit und Geld. Das muss nicht sein. RAL-Gütezeichen erleichtern Ausschreibungen für Vergabestellen und Auftragnehmer. Warum? Wegen des Systems der RAL-Gütesicherung. Nachdem die RAL-Gütezeichen verliehen werden. Ihre Neutralität, Objektivität und Zuverlässigkeit erfüllen genau die Anforderungen, die an Ausschreibungen gestellt werden. Und welche sind das? RAL-Gütesicherungen entsprechen dem Transparenzgebot. Denn ihre Kriterien werden in einem öffentlichen Verfahren entwickelt und sind öffentlich einsehbar. Auch das Diskriminierungsverbot und das Gleichbehandlungsgebot sind gewährleistet, weil RAL-Gütezeichen und deren Gütesicherungen allen Unternehmen offen stehen. Außerdem legt das unabhängige RAL-Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung die Kriterien im Benehmen mit Verbänden, Behörden und Prüfeinrichtungen fest. Noch dazu entspricht die RAL-Gütesicherung dem Leistungs- und Wirtschaftlichkeitsgebot. Sie beschreibt umfassend die Kriterien für die Verleihung des RAL-Gütezeichens und gewährleistet Eigenschaften wie Langlebigkeit der Produkte sowie besonderen Kundendienst. RAL-Gütezeichen weisen auch die Bietereignung und die Produkt- und Leistungsspezifikation nach. Ist der Anbieter zuverlässig und kompetent? Wie sehen die technischen Spezifikationen aus? Noch dazu sind RAL-Gütezeichen besonders bei kleinen und mittelständischen Unternehmen anzutreffen. Das entspricht der Vergabeordnung, weil sie die Berücksichtigung dieser Betriebe verlangt. Vergabestellen, die sich auf RAL-Gütezeichen stützen, sind also immer auf der sicheren Seite. Ist eine RAL-Gütesicherung Ausschreibungskriterium, sparen auch Unternehmen, denen ein RAL-Gütezeichen verliehen wurde, Zeit und Geld. Sie müssen nicht mehr im Detail nachweisen, dass sie die Anforderungen erfüllen. Unternehmen ohne RAL-Gütezeichen können auch an den Ausschreibungen teilnehmen. Sie müssen aber zu allen Anforderungen aktuelle Prüfzeugnisse vorlegen. Die RAL-Gütesicherung dagegen gewährleistet immer, dass RAL-Gütezeichen up-to-date, zuverlässig und vertrauenswürdig sind. Denn sie verlangt, dass Betriebe die Einhaltung der hohen Qualitätsanforderungen kontinuierlich überwachen. Das Fazit. RAL-Gütezeichen erleichtern Ausschreibungen für Vergabestellen und Unternehmen. Und das in fast allen Lebensbereichen. RAL. Simply Excellent.